Willi, dann, ich werde mir... ...o...allemal. Karaoke, sehen Sie und lesen Sie laut. Hallo, Lilly! Wie geht's? Sehr gut. Komm rein. Hammer! Wo warst du denn? In Dietzenbach. Dietzenbach, wo ist denn das? Dietzenbach liegt südöstlich von Frankfurt am Main. Ach, in Hessen? Spricht man da auch Deutsch? Bei uns spricht man hessisch und deutsch. Hessisch, das kann man doch nicht verstehen, oder? Ja. Also, ich schon. Du kannst mich rütteln, schütteln. Machen wir gar nicht drüber reden. Können ich gerade mal was sagen? Ja. 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 Ja.